...mich geglaubt haben. Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf. Solche Leute hast du sicher auch. Prof. Ein Freund auf Bracker. Er hat sich geopfert, damit ich lebe. Er hat an dich geglaubt. Es gibt viele, die von dir abhängen, auch wenn sie es noch nicht wissen. Mach weiter, Cal. Für Prof.